Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 21 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir haben heute die Squad Battles Folge, beziehungsweise das vorgestellte Team, Team of the Week 2 oder 3 mittlerweile schon vor uns. Und ich muss dazu sagen, wir müssen davor noch was machen, denn ich habe noch 66.999 Coins auf dem Konto und wir haben eine Spielerwahl zu treffen. Und zwar holen wir uns einen 87er Legendenspieler, denn wir brauchen noch Verstärkung für unsere linke Seite oder für unsere rechte Seite, für unsere Linksschützen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da rauskommt, in der Hoffnung, dass wir entweder Sarkic hier kriegen oder Forsberg. Und danach schauen wir die Mannschaft an. Selani könnten wir auch noch nehmen. Ja, aber eigentlich habe ich andere Leute geplant, drücken wir es so aus. Genau, wunderbar schnell, ich habe hier mich Kane verpflichtet noch und wir haben jetzt natürlich Lafleur, Eichel, Stamkos und wie gesagt, diese Position müssen wir verstärken. Es geht um diese Position, alle anderen Positionen sind gut. Varensky spielt als vierter oder als fünfter Verteidiger hinten mit. Genau, aber jetzt holen wir uns einen Iconspieler, bevor wir gegen das Team der Woche spielen. Und ich hoffe mal, dass da jemand Gutes drin ist, einen, den ich haben will, von den zehn oder neun, die es gibt. Vier Stanley Cups, drei James Norris, vier Central All-Star Games, 1031 Punkte App mit den Eulers, das müsste Paul Coffey sein. Jawohl. Das ist natürlich eine gute Wahl für die Verteidigung, muss ich natürlich dazu sagen. Coffey, man stellt sich vor, Coffey und, 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 Ding hinten zusammen. Boah, Junge, 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 Junge. Ja, sollten die anderen nicht dabei sein, wäre das eine Wahl. Drei haben wir noch. Sechs Stanley Cups, zwei James Norris, wieder ein Verteidiger. Einen kommt Smythe Trophy, Montreal Canadiens, Larry Robinson. Das ist nicht den, den ich haben will. 750 Assists, 958 Punkte. Das ist nicht der Spieler, den ich haben möchte. Vier Stanley Cups, oh, nächster Verteidiger. Niklas Nitzström, das wäre natürlich eher was. Nehmt Coffey. Aber ich weiß, dass Nitzström, glaube ich, nicht so schnell ist, wenn ich mich recht entsinne. Genau, er hat mich nur 82 und 84 Tempo. Dafür natürlich verteidigungsmäßig saustark unterwegs, klar. So, aber jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt in der letzten Ding hier mal drin ist, den wir brauchen, und kein Verteidiger ist vielleicht. Oh. Ja. Brett Hull. 81 Tempo, zwar ein klasse Schuss, aber das ist nicht das, was wir wollten. Ist natürlich ärgerlich. Warum da jetzt kein Video ging, keine Ahnung. Pass auf, es sind alles Linksschützen in der Verteidigung. Das ist schon mal gut. Also, du hast Tempo 81 Tempo, 82, 84 Tempo. Pass mal auf. Jetzt muss ich kurz schauen. Jetzt muss ich kurz schauen. Da gibt es eine wundervolle Website. Nennt sich gut. IQ Compare Players. Wir müssen entscheiden zwischen Nitzström. Und Koffi. Koffi hat man ja schon. Compare Players. Na toll. 10-10. Klasse. Skating, 3 Punkte für Koffi, 2 für Lidström. 2 Punkte für Shooting bei Koffi. Hände 4-0. Defense 5-0. Oh, ein 3-1 Checking. Oh, die Zimpergien haben wir sowieso nicht. Die beiden nicht. Slapshot Accuracy ist natürlich Koffi Bombe unterwegs, klar. Puff. Entscheiden wir uns trotzdem für Koffi in dem Fall. Entscheiden wir uns trotzdem für Koffi. Ja, ist natürlich nicht ganz die Wahl, die ich haben wollte, klar. Aber. Ja. Mei. Kann man nicht wissen, dass man da drei Verteidiger rauszieht. Aber alles gut. Alles gut. Pass auf, wir gehen jetzt durch die Rühe auf mein Team. Aus der Mannschaft fliegt Morgan Reilly. Morgan Reilly ist nämlich insgesamt schwächer als Zach Warenski. Tauschen ist eh untauschbar. Das ist natürlich ärgerlich, klar. Mein Linksverteidiger. Und zwar nehmen wir da Paul Koffi mit in die Mannschaft. Und der spielt danach auch gleich mal. Freue mich schon drauf. Ähm, genau. Änderung speichern. Haben wir jetzt die 90 endlich? Ne, immer noch nicht. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ähm. Pass auf. Gilt natürlich auch für die Verteidigung, gell? Dass Paul Koffi da spielt. Wie stark ist eigentlich hinten? Ähm. Nächsten vergleichen wir. Subin und Daudi. Wer darf... Wer darf hintenrum noch mitspielen? Ähm. Subin oder Daudi. Wer ist da der bessere Spiele? PK Subin. Cover Athlete. Und dann haben wir Daudi Base Gold. Jawohl. Compare Players. Oh, die Wahl ist einfach für Drew Daudi. Jawohl. Somit darf Subin raus. Oh mein. Koffi rein. Koffi schon mal auf Platz 2. Und hier, da putscht jetzt Koffi natürlich nach vorne. Auf die Eins. Das ist natürlich eine krasse Overtime-Reihe. Eins. Wo man es auch mal sagen. Koffi, Gretzky, Lemieux. Änderung speichern. Hintenrum ändert sich nämlich nichts mehr. So. Und dann gehen wir jetzt auf Eins-Spieler. Hood Team Battles. Und dann spielen wir jetzt hier eine Runde gegen das Team der Woche. Was absolut krass wird. Boah. Junge, Junge, Junge. Also das ist echt eine Bombenmannschaft. Äh. Stopp. Wir können es uns mal kurz anschauen. Wollen wir es wieder vergessen? Bailey, Tavares, Ben, Getslav, Dubois, Baclo. Und Batherson, Arnas, Griffith. Die letzten zwei Reihen sind jetzt vielleicht nicht die goldenen. Aber gerade die erste Reihe mit Headman mit Makar. Puh. Das ist natürlich schon Bombe, was da unterwegs ist. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wie viel Tempo hat Headman eigentlich? Auch nur 83, gell? Ja, schnelle Verteidiger sind rar. Und auch André Wasilewski im Tor ist natürlich Bombe mit 87. Ein stärkerer ist Carey Price. Aber das macht nichts. Auf weiter zum Spiel. Und wir müssen dann einfach wieder über Solo Battles, über Rivals die Woche wieder Goldspieler sammeln. Hoffnung, dass wir dann nächste Woche wieder ein paar zusammenkriegen. Vielleicht drei Stück. Vielleicht auch vier oder fünf. Müssen wir mal gucken. Timo Rubik. US-Flagge und Kanada-Trikots. Netter Mix. Muss man das einfach mal sagen. So. Defensive. Defensive. Gretzky gegen Tavares. Auf geht's. Ab in diesem Spiel. Klasse passt von Coffee. Und Gretzky bleibt am... unter Kufe hängen. Carlsen ist abgefälscht. Weil sie Levski kippt direkt raus. Das ist natürlich gefährlich. Da sind wir sofort Leute da. Schnelles Spiel. Ist natürlich gut, um reinzukommen. Nachher für die Rivals-Spiele. Mal schauen, ob es noch besser läuft, als der Anfang letzte Woche. Das war eher finster. Victor Hedman. Der Band entlang. Oh, stark von Lemieux. Jo, der geht straight wieder zurück zu Dreiseitel. Ich glaube, den hat er sich anders erhofft. Eric Carlson. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und das ist Josh Bailey. Bailey gegen Lemieux. Gretzky, jetzt müssen wir schon schauen, dass wir eigentlich mal wechseln kommen. Gieler Fleur. Oh, 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 oh. Shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. 2 auf 0. Price. Stark gemacht. Paul Coffee. Schickt Cain. Cain. Gieler Fleur hat noch kein Tor für mich geschossen. Dabei bleibt es vorerst auch. Zweites Spiel für Gieler Fleur. Beide habe ich offline schon gemacht. Da war er noch nicht erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass er vielleicht jetzt erfolgreich ist. Bria mit dem Bulli-Gewinn. Da die LaFle. Oh, der war knapp unter voll. Cain kommt nicht hin. Bin gespannt, wie sich Cain spielen lässt. Nächster Spieler, den ich tatsächlich noch suchen würde. Gut, 69.000 oder 66.000 ist das nicht so einfach. Wäre aber tatsächlich Sydney Crossby. Der hat 87.000. Kann Center spielen, kann Flügel spielen. Ist ein bisschen schneller als Kuznetsov. Kann man Hoopfeist dann aufstellen für Taves, wenn wir wirklich gar keine andere Wahl mehr haben. Oder wenn wir dann wechseln müssen. Gieler Fleur. Der hat Tempo. Das sollten wir ausspielen können. Wei, 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 wei. Kommt erstmal hier nicht mit dem Schläger am Gegner vorbei. Gieler Fleur. Gieler Fleur. Tempo. Hab ich ja gesagt. Der hat Tempo. Klasse Pass. Und Daniel Breer. Scheiter. Kucharov übrigens jetzt in Reihe 3. Der ist nämlich schlechter als Cain. Starker Schuss von Daudi. Breer geht hinterher. Kriegt die Scheibe, wenn ich ahne. Anders. Jelena. Batherson. Daudi zwischen Batherson und Thor. Sie kommen da nicht vorbei. Roman Yossi. Raus auf Kucharov. Schön gespielt. Geht hinten rum. Kucharov. Die sind eigentlich ein Torhüter. Die Widerstandsfähigkeit von La Fleur ist nicht so gut. Kohl. Das ist stark gemacht von Taves. Hier muss die Idee, die Scheibe aufhören. Kucharov. Kucharov kriegt die Scheibe nicht am Verteidiger vorbei. Schön gemacht. Taves. Jonathan. Oh. Wasilewski. Starke Parade. Dachten wir, okay, spielen wir diesmal nicht ab, sondern probieren wir es selber. Stemkos übrigens im ersten Spiel, also in dem Off-Limps-Spiel, was wir jetzt gemacht haben, schon zwei Tore, ein Assist gemacht. Der funktioniert ganz gut. Mit Kuznetsov und Riley zusammen. Einzige Sache, die man sagen muss, die Assists von Stemkos-Toren kamen jeweils von Taves. Und zwar alleine. Deswegen ist das eigentlich genau die andere Reihe, eine vor ihm, die hier zusammen mit ihm punktet. Philipp Ronik, Wiesblatt. Ronik mit 82, dritter Verteidiger nur. Oder nur in der dritten Verteidigungsreihe. Das ist natürlich schon ein bisschen überraschend. Malgin, der Schweizer. Oh, setzt sich durch. Und Carey Price. Wieder zur Stelle. Stemkos. Riley. Und jetzt geht es mal schnell über Sach-Warenski. Sach-Warenski. Spiel die Scheibe auf Riley. 1-0. Und Warenski mit seinem ersten Assist. Halloween Cooperation zusammen mit Grit. Zwei Halloween Assists. Und der Grit-Spieler trifft. 1-0 gegen das Team of the Week. Super. Hoppala. Warenski. Oh, Warenski kriegt die Scheibe nicht weg. Das ist Jamie Benn. Benn und Price. Gut gemacht. Dass die Scheibe da trotzdem trotz Kick bei Price landet. Drei Seiten muss doch nur noch den Schläger reinhalten. Das gibt es ja gar nicht. Wasi-Lewski. Oh, Scheibe ist hinter dem Tor. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, Wasi-Lewski hat sie. Und nachdem der Computer nicht reagiert hat, dachte ich das auch kurz, dass der Computer denkt. Das Wasi-Lewski, die Scheibe des Upseids. Coffee hilft mit. Es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt auch einen schnellen, richtig schnellen Verteidiger hinten haben. Muss ich gestehen. Mit Coffee. Gut, haben wir jetzt natürlich zwei offensive Verteidiger. Das ist natürlich schon dangerous. Gerade online vielleicht. Aber bisher haben wir das noch nicht so als Strafe bekommen. Ist das Absatz, wollte ich gerade sagen. Wenn er das jetzt keinen Absatz gegeben hätte, hätte es mich jetzt gewundert. War zwar knapp, aber ja, wir waren draußen. 19 Sekunden noch. 19,7, um ganz genau zu sein. Oh, der wollte Carlsen, ich wollte mit Carlsen die Scheibe rüberlegen zur Eichel. Hat aber nicht geklappt. So. Drittel vorbei. 1,0 steht es nach 20 Minuten. Ab ins zweite Drittel. Mal gucken, wie es da läuft. 9,4 Schüsse. Ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass Carey Price nachher genauso hält online. Online ist mal ein bisschen Glücksspiel dabei, klar. Carlsen. Jawohl, kriegt die Scheibe. Linie. Aus auf drei Seiten. Uhuhuhu. Verteidigung ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Linie. Kriegt die Scheibe aber an Wasilewski nicht vorbei. Jamie Benn. gegen drei Seiten. Ich wollte sagen, eigentlich kommen wir jetzt drei Seiten die 29 geben, aber wir haben weder McKinnon noch in der Mannschaft noch sonst jemanden. Äh. Ja. Koffi. Koffi. Ja, ist geblockt. Linie. Und da auf Gretzky. Der legt ab auf Koffi. Das ist ein schwacher Schuss. Sollte aber eigentlich auch nicht auf Koffi gehen, der Pass. Das weißt du, kann nachher dann nach dem Spiel, vor dem ersten Online-Spiel, die Nummer von drei Seiten wieder ändern, dass er die 29 hat. Lafleur hat ja die 10 vom Parry übernommen. Das hat auch ganz gut ge... Oh, ist geblockt. Man kann nicht durch mit dem Schuss. Natürlich ärgerlich. Uh, Josi. Das ist knapp an der Strafe vorbei. Oh, ja. Daudi. Jawohl, und jetzt hinten raus. Mit bisschen Tempo. Josi. Auf, Kane. Oh, Gelina. Ist doch... Das wäre ein schöner Pass auf Lafleur gewesen. Stark. Briere. Die helfen sich gegenseitig. Kane. Und wieder Daniel Briere. Und da habe ich mich diesmal entgegengeschrieben. Entgegen diese 88er-Packs. Weil, wie gesagt, diese vier Gold... Ich habe diese vier Goldobjekte nicht eingesehen. Für Spieler, die wir eigentlich nicht brauchen. Warp Price. Weder Numinum brauchen wir. Tempo. Vom Tempo her noch... Flurry. Therian Flurry. Natürlich ein klasse Spieler. Steht außer Frage. Passt aber einfach nicht so ganz in die Mannschaft rein. Drew Daudi. Hämmer die Scheibe einfach mal Richtung Tor. Uh, Eichel. Und es gibt zumindest zwei Minuten. Powerplay für uns. Wenn das nochmal eine klasse Chance gerade war hier. Die wir uns da rausgespielt haben. Ronek darf raus, der Tscheche. Ja, das sind zwei Minuten. Absolut korrekte Entscheidung. Ich hatte gehofft, da war eine Lücke. Da war eine. Aber die war relativ schnell wieder zu. Scheibe vom Bailey Tief. War er über der Mittlinie. Ja, hat er Glück. Oh, da hat er ganz viel Glück. Wäre das nämlich nicht gewesen, wäre das die nächsten zwei Minuten gewesen. Oh, Lemieux. Stark gemacht, stark gemacht. Direkt ausgekontert. Oh, Gretzky kommt nicht hin. Tavares rettet die Scheibe. Ja, nicht so. Aha, Gretzky. Das ist natürlich auch ganz viel Pech. Kommt hin. Dann springt sie ihm genau vor den Füßen praktisch weg. Okay, Makawa gegen Gretzky. Oh, Tavares. Tavares und es ist klasse rausgespielt in der Unterzeit. Boah, da lassen sie uns bluten. Halleluja. Da lassen sie uns ordentlich bluten. Wo machen wir da den Fehler? Wir gehen mit Gretzky drauf. Ah, da. Der Wechsel. Tavares raus ist der Fehler. Lemieux und Gretzky auf eine Position. So, da steht hinten gar keiner mehr. Und jetzt reagiert Koffi nicht. Carlson. Beziehungsweise ich bin das, der mit Carlson wegläuft, nicht mehr an. Ja, genau. Weil ich beim Spielerwechsel halt nicht Lemieux bekomme, sondern Carlson. Ja. Und dann sind wir danach Koffi und der kann er auch nicht mehr machen. Ärgerlich, ärgerlich. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert bis dato. Alter. Da drückst du einen Doppel-R2-Pass und dann kommt sowas raus. Das kann es nicht sein. Das kann es echt nicht sein. Ne, außen vor. Verspringt die Scheibe. Kommen wir da aber nicht hin. Powerplay abgelaufen. Wir treffen im Powerplay nicht ab, unsere Gegner tust. Das ist natürlich doppelt ärgerlich für uns. Paul Coffey. Paul Coffey, Lemieux. Muss ich jetzt aber auch nochmal sagen, warum, kann mir das jetzt irgendjemand erklären, warum da alle wieder auf einen Haufen laufen? Achtung. Achtet mal auf Lemieux versus Gretzky und Kucherov. Ist das Kucherov denn? Ja, ist Kucherov. So, ich ziehe mit Koffi in die Mitte. So, Lemieux fährt uns hier eigentlich schon mal rein, nimmt uns eigentlich mehr oder weniger die Scheibe weg. Gretzky zieht auf derselben Ebene mit rein, anstatt er sagt, okay, ich ziehe jetzt hier raus. Ne, ziehe da einfach hier mit rein. Genau. Und Kucherov denkt sich, jo, ich laufe einfach mal hier Schlangenlinien. So ungefähr, wenn wir uns den anschauen. Hier links. Links, ja, Bremser, fahren wir in die andere Richtung. Bleiben wir da stehen. Ja. Wieder alle auf einen Haufen laufen, anstatt dass sie sich verteilen. Ich meine, ja, es ist Überzahl, aber so stelle ich mir Überzahl nicht vor. So, dritte Verteidigungsreihe, das ist Varenski, Suben. Und vorne die vierte Angriffsreihe, Riley, Stamkos. Kuznetsov. Das wollen die Torschützen vorhin. Kuznetsov. Oh, Kuznetsov. Suben ist abgefälscht. Starker Schuss, kommt aber leider nicht durch, Arnas. Jawohl, Varenski. Nein. Ja, weißt du, dann nimmt der andere Spiele. Ach komm, ach, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Also, erste Szene erstmal hier. So, Varenski bleibt stehen. So, jetzt spielst du den Pass natürlich, weil du den mit Varenski noch gespielt hast. Und jetzt spielt den Stamkos halt einfach in die eigene Hälfte hinter, was halt kompletter Bullshit ist. So, natürlich, und dann das hier. Ach komm. Hey. Ja, es kann passieren. Aber es ist ärgerlich, wenn du eine nur 15 Mal aufs Tor knallst und der andere mit einer schlechteren Mannschaft dreimal aufs Tor knallt gefühlt. Ja, das ist ätzend. Das ist, das muss ich echt sagen, das ist, das ist ätzend. Das müssen Sie schauen, dass Sie das ändern. Weil das ist echt, die KI und generell auch online, man trifft zu häufig bei wenigen Schüssen. Man trifft viel zu häufig. Sicher, es gibt mal Spiele, wo man sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt 15 Schüsse und wir haben 5 Tore. Gibt's, um Himmels Willen. Aber dann gibt's die Option, den Torhüter auszuwechseln. Sicher hätten wir hier die Option, den Torhüter auszuwechseln. Aber ich weiß, was wir erst 2, 3 Torhüter haben im Moment. Und Varenski, wie gesagt, hat uns da in diesem einen Montag mehr oder weniger das Kraut so was von krass ausgeschüttet, dass da gar keine Hoffnung mehr gibt. Oh, der war, ja, überraschend. Schön, dass der aus dem Nichts klappt. Ich frag mich nur wie, weil aus dem Winkel hätten wir nicht treffen dürfen. Pass auf, sollte ich mich kurz anschauen. Wir legen hier die Scheibe rein. Da haben wir für ganz, ganz viel Glück. Andererseits muss ich sagen, dass Lemieux den halt noch am Pfosten schießt, ist halt in dem Fall mehr Glück als alles andere. Weil normal, wenn du dir so einen Schuss heraushaust, geht der am Pfosten und dann, dankeschön, auf Wiedersehen. Koffi. Mein Gott. Das gibt's nicht. Wir müssen die Scheibe spielen und drücken sie dich wieder aus 2 Metern Entfernung an die Bande. Kohl. Lemieux. Sieht. Oh, Koffi startend. Das war stark gesehen. Und das ist Kretzky und das ist das Dritte. Ich hab gehofft, dass Koffi mitläuft, aber er hat's getan. Danke. Ich hab's sehr gehofft, weil ich dachte mir schon, shit, Kretzky kommt so durch, aber da ist noch einer dabei. Ja, und das ist, würde ich mal sagen, eine nette erste Reihe. Mit zwei Legenden. Könnten das Ganze noch verstärken. Natürlich, und der Lemieux als Center aufstellen. Kretzky rechts. Koffi hinten. Und dann Lafleur auf die andere Seite. Price ist wieder wach anscheinend. Von seinem Sekundenschlaf, den er vorhin gekappt hat. Stark. Brier. Ah, kommt nicht durch durch die Mitte. Schade. Gut abgelegt. Torres, Bailey. Makada ist alles offen. Lafleur. Einer von denen, die wir letztens überhaupt nicht hingen, hat ein Lafleur. 17 zu 11 Torschüsse, zwei Tore. Ja, ist ein bisschen besser als eine 80%-Quote. Aber, hm, 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 hm. Nicht unbedingt das, was ich gerade haben will. Was wir mit den Töten haben sollten, drücken wir es so aus. Oh, dreiß heitel. Bleibt dann Hitman's Kuh verhängen. Was wir mit den Töten haben sollten, drücken wir es so aus. Wie gesagt, ich wollte hier statt Koffi, Selani, äh, Forsberg oder Sarkic haben. Das waren die, die ich mir ausgesucht hatte, die das Offensiv-Verstärkung gebraucht hätten. Price. Stark von Koffi. Drei Seiten. Da haben wir es nicht ein bisschen nervt beim Thema Thuricke, dass sie auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr geradlinig auf uns draufgehen. Das ist nämlich überhaupt nicht mein Stil. Da habe ich mir echt Probleme mit. Oh, Koffi kann schießen. Halleluja. Also bisher zumindest. Ich weiß nicht, ob er es online auch kann. Aber hier kann er auf jeden Fall schießen. Starker Schuss. Zwei hintereinander. Wenn es einfach nur so weiter ging. Weil online stehen vielleicht nicht so die stärksten Torwärter drin, vermute ich mal. Gut, kann natürlich sein, dass wir natürlich Bomben-Torwärter quasi jetzt 87 kriegen. Und noch gibt es einen 86. Den habe ich mir noch überlegt zu holen. Gibt es einen 86 Halloween? Das wäre noch eine Verstärkung. Der war nicht so gut. Das war Yossi mit dem Schuss. Aber war zumindest ein besserer Schuss, als er online schon gezeigt hatte die letzten Spieltage. Oh mein Gott. Das ist viel zu frei. Okay. Man muss abbrechen. Patrick. Kane. Und das ist Guy Lafleur. Guy Lafleur ist dafür bekannt für seine Geschwindigkeit und seine Präzisionsschüsse. Ja, zum Beispiel den hier. Oha, Kane verpasst. Nee, dieses ist Brea. Nicht Kane. Kane steht gerade auf der anderen Seite. Sajak. Lafleur kommt nicht hin. Müssen wir aufpassen. Der hat nämlich nicht viel Fairness beziehungsweise Disziplin wert. Eichel. Abbrechen. Eichel. Oh mein Gott, Wierenski. Die sind zu einfach. Die sind zu einfach. Die müssen wir unterbinden. Die müssen wir noch besser unterbinden. Was wir aktuell eigentlich schon teilweise tun. Die Pupferluste, die sind tödlich. Natürlich, wenn du drumherum kommst und den Verteidiger hast du natürlich einen Verteidiger weniger vor dir. Klar. Aber wenn du das nicht tust. Aber wenn du das nicht tust. Really, jetzt spielst du in der Computer schon diese Scheißteile. Oh mein Gott. Dennis Malgin. Ja, mit 82 Schuss. Baut er den. Um die Ohren von Carey Price. So, jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Was hat Price denn aktuell? 13 dran. Das ist nicht mal ein Fünftel. Das ist näher an dem Viertel dran als an dem Fünftel. 75% Carry. Das ist echt. Boah. Wenn es jetzt ein Schuss gewesen wäre von Koffi, von Lemieux, von Gretzky. Da hätte ich ja nichts gesagt. Aber Dennis Malgin, Alter. Krövistionen. Stark. Warnski. Oh. Man kann sagen, leg ihn noch gefährlicher ab. Leeres Tor verzögerte Strafe für unseren Gegner. Jack Eichel. Ist auch gut. Ein Schlagschuss von Lemieux. Volle Kanne. Hältst den Schläger hin und die Scheibe bleibt liegen. Das verzweifle ich, Freunde. Aber gut. So, nachdem sie sich da 3-3 schieben, müssen wir uns halt wieder von vorne kämpfen. Lemieux. Ach. Bei uns reicht es. Das ist aber nicht der Erste, der da rausgeht, gell? Stark gespielt. Schnell gespielt auf Lemieux. Problem ist nur, dass der das Tempo nicht mehr kriegt. Toll, Koffi. Bisschen genauer zielen. Nicht aufs Kurzeck, sondern aufs Lange gehen. Und dann hat da lieber Wasilewski bald irgendwann mal keine Chance mehr. Hoffe ich zumindest. Sage ich doch. Sage ich doch. Bisschen anders gezielt. Schöner Schuss von Koffi. Kutra fällt in Schläger rein. 4-3. Führung. Starkes erste Spiel von Koffi. Muss ich ihm lassen. Der einzigste, der noch nicht so abgeht, ist Patrick Kane. Die Halloween-Karte. Wie gesagt, das kann er noch werden. Der Letzter hat auch nicht sofort gezündet. Hat auch ein bisschen gebraucht. Oh, 3-Seitel gegen Makar. Das ist so ärgerlich, wenn du da hinkommst. Sieh, wenn du nicht kriegst Lemieux schön aus der Drehung. Auf 3-Seitel zurück auf Lemieux. Hedman dazwischen. Ben Tavares. Der kann natürlich schon was machen. Der ist nicht... Der ist nicht schlecht. Dieser John Tavares. Kavares. Stamkos. Schöner Deak-Move. 3-Seitel. Ach. Wieder Vasile... Oh. Makar durch die Beine von Vasilevski. Ja. Das nächste Mal vielleicht auch bitte... Oh Mann. Hinter die Linie. Wenn wir eh schon dabei sind. Yossi. Kusmetzow mit schön viel Tempo abgelegt auf Stamkos. Der schützt die Scheibe einfach mal. Yossi. Klasse Schuss. Riley. Hinter die Bande. Oh. Oh. Ja. Der war nicht ungefährlich. Der kam nicht aufs... Aufs kurze Eck. Ja. Hätte ich mich auch gefragt, für was 2 Minuten, wenn ich mit dem Schläger hingehe, die Scheibe berühre. Den Gegner an die Scheibe, an die Bande drücke hier. Ja. Wow. Hm. Hm. Weiß nicht, ob ich da 2 Minuten geben würde, aber... Es sind aus Sicht dieses Schiedsrichter, also dieses... Schiedsrichter Pares, 2 Minuten. Lemieux. Sieht suben. Oh mein Gott. Das ist natürlich bitterböse. Und Pogcheck ist okay. Auf dem Pogcheck dann noch so die Scheibe bekommen, ist natürlich super ärgerlich. Suben. Rensky, wir brauchen Platz. Oh mein Gott. Rensky ist ja doch eins gesamt. Nicht eins gesamt, äh, gesamt, sondern eins stärker. Ah, heimt heute von... Wir sind schon im letzten Drittel. Oh, hab ich irgendwie verpasst. Oh, Riley. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Coffee. Lauf, 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 lauf. Ja, aber der Coffee kriegt die Scheibe nochmal. Coffee. Lemieux. Da ist Tavares mit dabei. Das ist Coffee on Vasilevski. 17 Sekunden noch auf der Uhr. Das ist natürlich beschissen. Ja, nehmen sie den Torhüter runter, haben dann sechs Feldspieler. Immer noch nur vier. Hm? Das ist nicht unbedingt das Beste, wenn sie den Torhüter runternehmen. Und ich bin eigentlich schon froh, wenn wir hier jetzt mit einem Tor gewinnen. Oh mein Gott. Drei Seiten. Coffee. Du boah. Du boah. Du boah. Oh. Nummer eins. Treff an die Schlusssekunden. Nein. Daudi klärt. Wir gewinnen mit 4-3. Halleluja. Da haben wir uns jetzt aber durchgeschwitzt durch das Spiel. Da haben wir uns jetzt ordentlich durchgeschwitzt. Danke Nikita. Uiuiui. Oiski poiski. Aber wir gewinnen 4-3 auf Superstar gegen das Team of the Week. Aber ja, wir haben schon bessere Spiele gesehen. Letzte Woche zum Beispiel. 4.000 Punkte kriegen wir auf jeden Fall. 4-3 geht es am Ende aus. Das ist okay. Wie gesagt, entscheidend eigentlich das erste Tor. Coffee im ersten Spiel mit drei Assists. Lemieux 1-1. Der im Kost 0-1. Carlsen. Worenski mit einem Assist, aber einem Minuspunkt. Taves mit einem Minuspunkt. Eichel, Kuznetsov, Subir noch mit einem Minuspunkt. Und unser Torhüter gerade mal mit 78,6%. Das ist nicht ganz das, was ich sehen will, lieber Carey Price. Aber gut, ich bedanke mich für's Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Zu Drivers. Mal schauen, wie es dann läuft. Bis dahin. Ciao mit V. Und bleibt gesund. Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal.